Ja, dafür hast du so auf Grenzen, wa? Hat die 31 Dollar dabei, ja? Oh, Granate am Start. Am geilsten sind, wenn du es wirklich findest, wenn du da so eine Bodybuilder-Tussi findest. Die sehen aus, das ist kaputt. So eine Nana-Muskui-Frisur. Ja, oder was auch heftig ist, wenn die auf einmal eine Pumpkin rausziehen, irgendwelche, wo du es gar nicht erwartest. Darf ich mal hier so einen Liquor-Store überfallen? Und ich bin da so drin und gucke mir die ganze Zeit den Kassierer an, halte ihn die Knarre vor den Kopf, was er ja keinen Blödsinn macht. Und auf einmal, wo wäre ich von innen umgehauen? Da war noch eine im Laden, so eine, ich sag mal, etwas kräftigere Dame. Von denen, die hier wirklich sehr überkrieg und kräftig ist, stößt mich zur Seite, holt eine Pumpkin aus und erschießt mich im Laden. Ich denke, Alter, was war das jetzt gerade? Ist ja geil. Und ich hab ja immer gedacht, das macht nur der Kassierer, weil auch wenn ich rausgehe, dreh ich dem Kassierer nicht den Rücken zu. Ja. Ne, ich geh dann rückwärts raus. Also war noch nie was. Oh, hier, Blunt Smoker will mich als Leibfächter anheuern. Jetzt nicht. Wir spielen jetzt Golf. Ich glaub, seine Organisation heißt Fick Dich. Oder er hat so zu mir Fick Dich gesagt, das weiß ich jetzt nicht. Da stand, Blunt Smoker, Fick Dich, will dich als Bodyguard anheuern. Ja, läuft. Ähm, wo muss ich denn jetzt überhaupt hin? Wo ist denn Golf? Warte mal. Wo ich gerade bin. Boah, da oben hoch muss ich. Es gibt ja, glaub ich, nur den einen Golfplatz. Eieieie. Tetanis hab ich mal probiert, aber das fand ich irgendwie voll kacke. Weil ich glaub, zu den Aktivitäten kann ich Dich leider nicht einladen. Das ist das. Ja, ja, eins kommt mir. Ach, ich glaub, mich hat der... Nee, mich hat ein anderer angeheuert. Ja? Blunt Smoker. Ist aber nur ein VIP. Blunt Smoker. Ja, der hat mich auch. Der hat mich auch angeheuert. Ich hab dabei jetzt keinen Bock drauf, ehrlich gesagt. Dann muss ich ja wieder hier weg. Ist aber nicht weit weg von der 1,5. Ich würde lieber... Ich hätte halt lieber, dass Steffi hier ist, dass wir noch zu dritt irgendwie Missionen spielen können. Wär zum Beispiel auch nicht verkehrt, ja. Aber... Sieht, glaub ich, heute schlecht aus. Wir mussten am Wochenende arbeiten. Äh, gar nicht. So, eigentlich. Ja, dann können wir doch da mal was ausmachen. Da haben wir auch ein bisschen mehr Zeit. Vielleicht... Wenn wir nur eventuell wieder ein bisschen später werden. Noch weiß ich noch nicht genau. Ja, aber wo ist das ja eigentlich relativ wurscht. Ja, ja. Wochenende ist nämlich wieder voll Haus bei uns. Töchterchen hat sich schon am Freitag und Samstag hat sich schon wieder Besuch eingeladen zum übernachten. Ja, spätestens neun Uhr ab im Bett. Ist ja wohl klar. Ja, im Bett ja, aber Ruhe nicht, ne. Das ist ja das Problem. Ja gut, dann gehst du in den Keller. Hast du Ruhe? Muss dich oft betreten. Ach, du bist schon beim Golf. Mhm. Oh, wir könnten jetzt auch... Bewegliches... Ich spiele gerade zum Beispiel gar nicht im Keller. Ich spiele gerade oben, weil die Leitung ja noch nicht neu ist. Achso. Wenn ich noch kein DLAN habe, dann könnte ich so online ja gar nicht streamen. Das wäre schwer scheiße. Hast du das ausprobiert? Unten? Dann habe ich ohne Ende Leck und der bricht auf einmal ab. Okay. Das haut mit dem WLAN da unten dann nicht hin mit der Geschwindigkeit. Ach, du hast mich ein... Ja, klasse. Ich bin gerade selber am Hosten gewesen. Moment. Du hast mich doch eingeladen, oder? Nee, das kann man nicht. Ach, bist du schon reingegangen? Warte, ich komme. Ich war da und war dann eben... Das ist so doof. Also, ich glaube nämlich, dass man keiner zumindest... Vorher ging das nicht, dass man einen einladen konnte. Konntest du das? Hast du das gesehen? Ja, du kannst Fragen stellen. Nee. Ich muss jetzt nochmal reinlaufen. Ich kann auch noch einstellen. Ja, ich bin drin. Oft beigetreten bin ich da. Machen wir neun Löcher? Ja, das reicht erstmal, ne? Bist du jetzt auch schon im Spielermenü, oder wie? Ich bin jetzt hier Host, komischerweise. Ach, komm. Ja, ich auch. Ich kann dich doch einladen. Okay. Okay. Ach, nachdem ihr fertig eingestellt habt, mit den Löchern und so wahrscheinlich, ne? Genau. Gänzenstress hier wieder umsonst gemacht, ne? Ja, aber ich glaube, das ging vorher nicht. Weil, du hast ja öfter mal so Tagesaufgaben, wo du dann sowas machen musst. Auch Arm drücken und so. Ja, ja. Äh, das kann ich überhaupt nicht. Äh, warte, bevor wir starten, ne? Hm? Oder geht das auf Zeit? Geht dir das auf Zeit näher? Nee. Ich geh nochmal schnell rein und dampfen. Was ist das? Ich bin gleich wieder da. Hm. 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 Ich bin gleich wieder da. Ich bin gleich wieder da. Ich bin gleich wieder da. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Das war nicht witzig. Das hat man gehört. Ikea ist wohl nicht dein Freund, was? Ich habe mir extra ein paar Stühle Tische mitgebracht, weil ich wusste, dass ich die irgendwann im FIFA-Modus mal kaputt mache. Ich habe gar nicht deutlich, ich habe nur voll mit der Faust draufgehauen, ehe ich den Controller wegfeuere, das ist nicht zu teuer. Dann lieber so ein 4-Euro-Tisch, mit der Faust draufgebollert und sind zwei Beine von sich gegangen. So viel Aggressionen ist gut. 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 Also ich wäre bereit. Dann fangen wir mal an. Auch geil. Ich bin schniedelwutz. Ich bin schniedelwutz. Ich bin schniedelwutz. Ich bin schniedelwutz. Oder? Ich bin schniedelwutz. Nee, das war falsch. Was mache ich denn hier? Ich habe natürlich auch mein Golf-Outfit gar nicht an. Wie schlage ich denn nochmal? Schlag L1. Hä? Nee. Dann stellst du den Schlag rein, wie er sein sollte. Dann bin ich bescheuert. Wie war denn das nochmal? Oh, ich muss mich beeilen. Scheiße. Wie war das denn? Oh, ich kann mich ja so sagen. Guck mal aus meiner Sicht mal. Das war's. Na? Fast noch in der letzten Sekunde. Unglaublich. Ich weiß aber jetzt gar nicht wie. Und das war auch nicht richtig gut. Einfach alles drauf gehauen, was geht. Ja. Pfff. Ein Powerschlag? Das ist ja, warum wir die Schrift so klein machen müssen. Oh mein Gott. Echt? Ja, irgendwann muss man ja bestimmt aufhören, ne? Ach, du darfst nochmal? Wieso darf ich nochmal? Weil ich weitergeschlagen hab. Ach so. Dann bist, ist ja immer der... Ich hab ja mal in real life auch schon mal Golf gespielt. Mein Bruder, der spielt Golf. Wow. Der war besser. Jetzt, jetzt hab ich's raus. Oh, wie die da immer hängt. Zu geil. Ich hab hier irgendwas bei mir eingestellt, was nicht richtig ist. Deine Klamotten sollte weg sein, in der rosa ist eine ganz schön dicke Kiste. Echt, ne? Aber auch richtig geil, den schönen Opa-Golf-Huch aus. Drücken zum Anhalten. Ach ja, richtig. Ja, läuft. Oh, das hilft. Boah. Oh, ey. Oh, ey. Ich... Oh, hier mach ich da. Drauf klackern? Ich will nicht Golf-Bett nicht, ich wollte einen Schläger-Witz hin. So, hier. Ich will irgendeinen mit richtig Power haben. Oh, der knattert richtig raus. Ein Holz erhöht die Flugdistanz des Balles. Jawoll. Wo man eigentlich damit nur abschlägt. Aber gut. Das macht nicht. Oh, perfekter Treffer. Bei dem Spiel sowieso wurscht. Perfekter Treffer. Kriegt ihr dafür einen Bonus? Ein Bonus. What könnte man nichts mehr schlafen? Ich glaube, nicht. Dies ist die Lippe.